Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Diesmal etwas anders. Wie ihr seht befinden wir uns hier im Minecraft Titelscreen. Und ja, das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar gab es, habe ich eine Nachricht vom Professor Ente erhalten. Anscheinend mussten wir aus dieser Welt flüchten. Und ja, es kommt gleich um 17.30 Uhr eine weitere Folge Minecraft Live, wo wir ein bisschen RP machen, also Roleplay. Wo ich euch das dann alles genauer erkläre, was genau passiert ist. Und ja, der Grund, warum das jetzt um 17.30 Uhr, da bin ich mir noch nicht sicher, kommt, ist, dass ab morgen, dem 14.12. ein neues Projekt zusätzlich noch startet. Und zwar Minecraft Captive 1. Das zocken wir und danach 2 und dann 3 und dann 4 und blablabla, immer so weiter. Und ja, das wollte ich euch nur kurz sagen. Das heißt, morgen startet die... Wartet. Also gleich kommt dann die 39. Folge online. Und morgen, die 40. kommt erst um 12 Uhr die erste Folge von Minecraft Captive. Und dann um 17 Uhr die 40. Folge Minecraft Live. Und ja, das war es dann auch schon mit diesem Video. Ich würde sagen, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Ähm... Ähm... Okay, das war jetzt nicht so... ...geplant. Aber, trotzdem... Ihr Minecraft, lieber Blub. Ich justiere das mal gerade eben wieder. So... Und... So, in etwa. Ich habe jetzt mal Spielaufnahme, weil mein... Ich benutze ja normalerweise meinen Fernseher. Als zweites... Zweiten Bildschirm. Das funktioniert aber gerade irgendwie nicht. Darum bin ich hier... Jetzt in der Spielaufnahme ab. Morgen. Also jetzt gleich. Morgen wird das wieder umgestellt sein. Darum ist das jetzt auch ein bisschen minderer Qualität und alles. Aber... Ich würde sagen, damit könnt ihr auch einmal leben. Gut. Das war's dann auch mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.